Wir kommen zu Kapitel 2. Konflikte sind oft auch deswegen verwirrend, weil zwischenmenschliche Kommunikation sehr viele verschiedene Ebenen hat, auf die wir eingehen können oder auch nicht. Manche davon sind für die Lösung von Konflikten hilfreicher als andere. Wir gucken uns in diesem Kapitel ein Hotel an, das dir helfen soll, die hilfreichen Teile in Konflikten zu erkennen und die schwierigen erstmal zu ignorieren. Stell dir vor, dein Konflikt wäre ein Baum. Dann hätte er mindestens drei Teile. Ganz oben die Krone mit den Forderungen. Darunter finden wir den Interessensstamm und unsichtbar unter der Erde sind die Bedürfniswurzeln. Forderungen sind Erwartungen, mit denen wir in den Konflikt reingehen. Wir wollen, dass andere etwas tun oder lassen. Oft sind die gar nicht so explizit ausgesprochen, sondern wir interpretieren, was unser Gegenüber von uns will. Manchmal kann das auch zu Verwirrungen führen. Forderungen sind die sichtbarsten Teile im Konflikt, aber oft nicht die tragfähigsten. Darunter verbergen sich unsere Interessen, also das, was wir mit unseren Forderungen erreichen wollen. Unsere Interessen sind stabiler als die Forderungen und sie helfen uns im Konflikt auch eher weiter. Unter der Oberfläche gibt es dann auch unsere Bedürfnisse. Grundsätzliche Dinge und Zustände, die uns wichtig sind und die wir brauchen. Wenn sie erfüllt sind, gibt uns das Kraft und Energie. Ich gehe jetzt nochmal genauer auf Bedürfnisse ein, weil das für viele ungewohnt ist. Bedürfnisse können so essentielle Dinge sein, wie Nahrung oder Atemluft, aber auch abstraktere, zwischenmenschliche Zustände wie Anerkennung, Wertschätzung oder Dankbarkeit. Im Anhang findest du noch eine ausführliche Liste von Bedürfnissen. Bedürfnisse sind universell, das heißt, alle Menschen kennen und teilen sie. Zwar nicht immer im gleichen Ausmaß und zur gleichen Zeit, aber insgesamt im Leben schon. Darin liegt für Konflikte eine Chance, denn wenn wir über Bedürfnisse reden, wissen wir, wie gut es sich anfühlt, wenn diese erfüllt sind und wie doof es ist, wenn sie es nicht sind. Du musst natürlich nicht den Begriff Bedürfnis nutzen. Frag einfach danach, was Menschen brauchen und was ihnen wichtig ist. Oder stell Vermutungen an, was es sein könnte. Schauen wir uns ein Beispiel an. Jamila ist gerade oft genervt, weil Kim zu spät zu treffen kommt und Jamila auf Kim warten muss. Ihre Forderung besteht darin, dass Kim ab jetzt pünktlich kommen soll. Das Interesse dahinter ist, die Zeit bei Treffen sinnvoll zu nutzen. Und das Bedürfnis darunter könnte Wirksamkeit sein oder auch Respekt für ihre Zeit. Was Kims Forderungen, Interessen und Bedürfnisse sind, weiß Jamila noch nicht. Bisher hat sie das Thema noch nicht angesprochen. Wenn wir einen Konflikt haben, können wir uns das vorstellen wie zwei Bäume, die sich in die Quere kommen. Wie ihr hier sehen könnt, sind es vor allem unsere Forderungen, die nicht zusammenpassen, mit denen wir uns den Platz wegnehmen. Und wie im ersten Kapitel erwähnt, ist es auch keine Dauerlösung, dass immer jemand nachgeben muss. Die Interessen können gut nebeneinander stehen. Sie stören sich nicht gegenseitig. Und über die Bedürfnisse können wir Verbindungen schaffen, so wie Bäume über ihre Wurzeln Nährstoffe teilen und kommunizieren. In Konflikten geht es also darum, ausgehend von den Forderungen, die Interessen und Bedürfnisse herauszufinden und danach Lösungen zu entwickeln. Man könnte auch sagen, so gemeinsam zu wachsen, dass wir uns nicht gegenseitig im Weg sind und uns Raum lassen. Manchmal reicht es dafür auch schon aus, die Interessen zu kennen. Aber in anderen Situationen müssen wir erst tief nach den Bedürfnissen graben, um gute Lösungen zu entwickeln. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie ihr Forderungen und Interessen unterscheiden könnt. Es gibt da keine feste Grenze. Die pragmatische Faustregel lautet, wenn Menschen noch sehr unzufrieden mit den Lösungsvorschlägen sind, solltet ihr weiter versuchen, Interessen und Bedürfnisse herauszuarbeiten. Also, seid neugierig auf die Interessen und Bedürfnisse hinter den Forderungen. Bei anderen, aber auch bei euch selber.